85.000 Quadratmeter Planungsfläche mitten in einer Metropole. Eine Jahrhundertchance. In Stuttgart entsteht ein neuer Stadtteil. Stuttgart-Rosenstein. Im Symposium der Architektenkammer Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart blicken renommierte Expertinnen und Experten auf das Riesenprojekt. Als Leuchtturm für neue Urbanität und international wegweisenden Städtebau. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit. Beim Symposium Stuttgart-Rosenstein. Am 9. Mai und 26. September 2022. Online und im Stadtpalais Museum für Stuttgart. Anmeldung unter akbw.de slash Rosenstein. Anmeldung unter akbw.de slash Rosenstein. Anmeldung. Anmeldung unter akbw.de slash Rosenstein.